und wieder zurück zu war sie mit blackie und wir versuchen uns gerade wie heißt morgen ist das hier moment ist ja man kann jetzt auch hier kann ich mir mal zeigen das plus kann man jetzt endlich nutzen und hier sind wir ja genau wo wir jetzt bei zombies erschlachten nicht auf wir laufen dann so gesehen von mountain quest dann diesen devils password was aufdruck kommt eben steche nieder zeigt der neuen stechertag das haus wurde zum beispiel auch neu geöffnet und müde oder komplett die hausbesitzerin will sich beschweren dass wir uns doch ihr haus ein bisschen zu lange und da kommt der gatte schon dritte und guck mal hier tv da ich kann gerade schlecht gucken weil ich doch mal mit denen mit dem hausbesitzer was 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 dann nimmst du mal den sohn dazu und er sich hier auch noch rein rein mögen der wollte hier auch eine die lippe riskieren die es ist aber hier ist leider nicht die sie kommen ich zeige dir mal oben um hier hat zocker gewohnt guck mal hier ja heftig voll heilen muss der stuhl lassen soll er weitermachen ja ich bin und jetzt spiel wo sehr auch weiter das wäre jetzt geile gezielt dran sitzen und dann bitte einmal wo selbst spielen stuhl holt dass ich da wahrscheinlich immer hier vom esstisch ja und nimmt den sessel von unten von anbruch im fernseh klotzen ne so zeit das kleines das wird jetzt oh was hast du hier denn angerichtet ich glaube hier sollte man doch mal wieder ein bisschen kriechen ich komme mit in den krieg modus die Griechen um die Ecke wieder ein Haus hinein wo nix ist gehen lieber ein bisschen hinten lang da vorne ganz schön dicke Luft ist Griechen so war ich jetzt die Mieter Griechen nicht sondern in der Hocke gehen ja weißt du noch die Zeiten weißt du noch die Zeiten wo man mit gar nichts losrennen musste und andauernd Griechen also so Hocke könnte ich gar nicht mehr ich möchte aber gerne in die Post mal gucken in die Post die Post holen Scheiße das ist der Beamte von der Post hier ja und wo ist unsere Post wenn ich für Fragen wieso hat der oh jetzt habe ich gesagt es ist kein Spielerton die kommen ne normalerweise nicht kommen wir ein bisschen näher hierher bevor wir noch einen anlocken hier so um wieder was für mich außer Pakete gibt es hier willst du bis beschläge hab schon so viele ach nee ist ja Metall oh Gott den habe ich ja noch gar nicht hast du noch gar nicht ja gehabt hatte ich den schon weil ich damals mal gekauft aber weißt du ja die haben ja alle versammelt ist ja Metall den nehme ich natürlich gerne mal mit na komm her Jill boah hier um die Ecke boah voll auf Kreuz hast du den geprügelt damit der das war schon so ein richtig kleiner Hinterhalt von denen damit der schneller hinfällt da muss ja wohl ne diese Stelle da reinwürgen hier so die Olle komm her boah zwei ah Jill nichts vorn darf ich wohl bitten hier wolltest du kuscheln das habe ich natürlich wieder voll einer reingewürgt gekriegt so jetzt bin ich wieder in Ordnung eine Benja habe ich noch da habe ich eine Pistole für dich vorne gleich oh nee komm noch eine Krüger ich hab so viele von der Scheiß hey noch ein Metallbissverschläger willst du auch noch einen mitnehmen? ich hab doch einen in der Hand na noch einen? nee ach komm ich mir die Waffe mit ok kann ich jetzt gleich ein bisschen rumschießen genau so normalerweise sollte man ja hier in dieser Privatklinik irgendwie Arznei finden ne aber dem ist ja nicht so also wenn ich jetzt schießen sollte dann kann sein dass ich ein bisschen oh denk daran da kommen gleich mehr dann an die Laufen ja siehst du? die ganze Bandage warte was habe ich getan? die Beschuss hast du? 10 ich tue die von hinten mal nehmen so zwei Schuss noch, wer will wer will, wer will, wer will, hat noch nicht na lass uns mal einen Kaufen so das war's schon so kann die Waffe rausgeschmissen werden, braucht keine Sau so aber sowieso genug von haben wir in dieser Aufnahme auch endlich mal wieder ein bisschen Ballerei gehabt ja das könnt ihr euch nicht mehr beschweren, dass wir sowas nicht reinbringen so auch ein und mit Männer hier ist einmal zu uns, was ich mitnehmen kann hier ist auch noch mal zu uns, was man mitnehmen kann da ich kurz gerade nicht mit weil ich wahrscheinlich keinen Platz mehr frei habe ja aber hier war ein bisschen mehr drin muss ich sagen, oder? ja ein kleines bisschen wo 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 wo, drei, drei Ollen wow, haben wir ihn gekriegt ohne einen Schaden zu nehmen, ist ja heftig doch, mich haben sie einmal getroffen wo kamen die drei Ollen, auf einmal von der Ecke, das gibt's nicht so jetzt geht's wieder wo lang wo lang zu dem weißen Haus da drüben noch ja auf der Nähe hat sich ganz einer der jetzt wieder Teer frisst vor dem weißen Haus stehen sie auch wieder eine Schlange also mhm na gut, die Pali werden wir noch schaffen jo irgendwie werden wir die da schon platt kriegen, das muss ja wohl irgendwie zu machen sein hier so schnell haben wir uns noch nie unterkriegen lassen genau nur das schlimme ist ja mal ist das hier nix in den Wohnungen ist und so noch alles nur Wasser und das war es aber auch schon hat sich voll gelohnt so so in den Hals gestochen wo jetzt da hinten hin zu den anderen Hanfis hier kommen wir nur weil du unter Sonnenbrill dreht du hast nicht gedacht, dass ich dich nicht schlagen die stehen auf meiner Liste ganz oben da stehen zwei Stücke da steht ein Haufen schön angestapelt die wissen gar nicht was die hier tun nämlich gar nichts so Hanfis weiß ihr was habt ihr irgendwas für uns bezweifle ich ja eher, dass ihr irgendwas für uns habt aber ich glaube die hatten hier glaube ich außer Sonne Not Not also ein Nachrichtending genau ja ja wo wollten wir jetzt hin ähm die Wills Pass, ne genau die den Pass wollten so lang ja gut da muss man da ich folge dir genau in unseren Unterlagen einfach geradeaus immer die nach Hause nach da geht's lang die Häuser da oben da war ja eh nichts ne da war nichts oh dieses geknacke hier im Wald finde ich gut ja das natürliche sie spielen immer mehr der Natürlichkeit an Vögel sind da nur man sieht sie nicht aber guter kann ja alles noch kommen genau wollen die spielerstellen aber nicht so unter Druck setzen mal ein bisschen beeilen können sie schon mal ja wahrscheinlich stimmt das Geld noch nicht so ja dabei nehme ich mal an mehr Geld musst du nur noch reingehen ja ich habe eigentlich schon genug für das spiel bezahlt insgesamt jetzt ähm ich glaube 50 Euro ja siehst du da müssen wir ein paar Nullen hinter ja ne bestimmt nicht also naja und wenn du jetzt mal überlegst sagen wir mal jeder äh äh gibt jetzt 50 aus und das haben jetzt auf der ganzen Welt wer weiß wie viele Milliarden gekauft na hallo oder paar Millionen sagen wir mal das reicht ja auch schon tja aber kann sein scheint immer noch nicht viel mit anfangen ich meine wenn eine Million Spieler das Spiel gekauft haben sagen wir mal und insgesamt 50 Euro ausgegeben haben für das Spiel sind das 50 Millionen ja ob das reicht um ein Spiel zu erstellen nein meinst nicht nein wie viel brauchen wir denn da genug sehr 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 viel Geld naja dann muss ich mir vorstellen du brauchst ja Leute die das Spiel design die das Spiel zum laufen bringen dann gibt es ja noch Leute die Techniker dafür und die müssen erstmal auch alle bezahlt werden da musst du die Technik dafür haben die Programme musst du noch dafür haben es kostet alles Geld also Leute die es noch nicht haben kauft euch das genau so unterstützt er die Hersteller bei der Entwicklung die werden sie freuen und irgendwann und irgendwann gibt es wieder ein Patch da können wir vielleicht Auto fahren oder irgendwas oder dass die Stronghold Surfer gehen ja oder der der Steelbaum genau wo man sich ein bisschen skillen kann ich frage mich nur was man das gilt Ausdauer oder nehme ich mal an so was Ausdauer das war ein bisschen stärker das schneller zuschle oder so vielleicht wenn man irgendwann schwimmen kann dass man dann schneller über so einen Teich darüber schwimmen kann weil wenn du im Wasser schwimmst bist du ja auch ein leichtes Ziel ja auf jeden Fall vielleicht dass man ein bisschen mehr aushält mit dem Leben ja das auf jeden Fall da müssen wir auf wirklich mal irgendwas dran machen oder so dass man den Körperbau vielleicht erhöht dass er stärker zuschlägt und sowas ja wäre auch schön wenn er jetzt gar keine Waffe hätte dass er nur mit der Fäuste oder so genau ja weil dass er sich mit seinen eigenen Fäusten wehren kann gegen Zombies genau ich habe keine Waffe ich kann nichts machen viel Spaß ja guten Appetit ja darauf läuft es ja letztendlich hinaus ja das ist immer das Schade da dran wer schreibt denn da Holly Trolli Deutsche hier Deutsche hier warte kommen wir wollen wir wollen mal antworten ja ich habe ja geschrieben wird aber nicht genommen und bei mir ähm ich schreibe jo ja wird auch nicht genommen dann schreibe ich hallo aber sicher das wird genommen hallo 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 ja ich glaube so zwei Buchstaben und drei nimmt er glaube ich nicht ne weiß ich nicht ne was man die meint wegen mein wegen auch TS oder sky meinetwegen auch ne wir hatten jetzt nicht vor mit einem fremden über aber nicht unbedingt nein nicht so in der aufnahmen mäßig genau wer weiß was für ein typchen wir da dann da reinkriegen das geht gar nicht bis wir erst unsere Prüfung bestehen bevor sie mitmachen genau und der vielleicht hintergedanken hat man uns wussten will genau und so schön dort da liegt gar nicht überhaupt gar keine Waffe großartig nö darauf noch antworten wo drauf auf sein meinetwegen auch hier ist so was galt nö und sollte ich nö soll er das auch machen es ist da ist das schon ja selbst ist der Mann wenn wir schon skypen was sollen wir dann noch hier können wir übrigens wo es jetzt auch zu zählen erst mal ja ja müssen wir mal ich wollte gerade sagen können wir hier gleich den Weg dem Berg hochlaufen das ist richtig das hast du denn schon so so ein braunes Päckchen ach dieses ist meinst du ja da hatte ich meinst vor das habe ich aber mal zu mir genommen hast keinst mehr nö hast du das gefunden kannst du dann bei dir reinlegen nein das füllt alles auf das füllt Essen Trinken und Lebenskraft auf das ist so ein Militär Überlebenspäckchen sage ich mal ne ja wo alles mit Vitamine mäßig alles glaube ich dabei ist das ist Vogel der Abend hier diese Schüssel noch das gibt ja tschu 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 da war er nö jetzt habe ich ihn nicht gehört nur noch einfach quer rüber ein verkehrten ich hoffe es darum zum Baum glaube ich da auch noch richtig hier ein Gegner schießt ihn nieder zu n leider schon abgedrückt ich will nicht ja und was was noch geben müsste je betäubungsgewehre ja er kann sich nicht nur bewegen genau dann tust du ein äh vom Weiten so weil er in deinem Gebiet ist und was loten will und du willst ihn aber nicht töten er soll aber nicht er soll aufhören dein Zeug dazu loten ja jetzt ist sie betäuben rennst vor ihm wartet bis er wieder in Ordnung ist bad ja oder oder schießt vom Weiten dann meistens sind das ja auch so Scharfschützengewehre ne ja die so hast du grad deine Waffen abgeladen nein ne weil es sah so aus ob sie hier was verloren hätte ist hier so deswegen ich verliere lieber ne betäubst ihn er müsste dann auch äh für mehrere Minuten betäubt sein und dann kannst du rangehen und an seinen Rucksack zugreifen und alles rausklauen okay das ist hart ja und er kann sich nicht bewegen und gar nichts dagegen tun das einzigste was ist dass er nicht stirbt ja so willst du noch Sachen weg bringen oder ach müssen wir hier hoch ne wie hoch sind wir das jetzt schon ach so ja sicher bring ich noch ein paar Sachen weg ja mach ich das auch kommt dann alles mal schwül in die Aufnahme rein ja zack zack könnt ihr wieder sehen was wir alle so wunderbar gesammelt haben unseren ganzen Dreck ja da könnt ihr auch mal wieder nochmal alle meine Spieler sehen die ich zur Zeit habe genau genau und meine die ich mir ja jetzt neu angelegt habe habe extra den hier den zweiten gelöscht der hat jetzt hier 00 20 Minuten gerade mal dann eine Frau das ist die sieht sehr schick aus die hat gerade mal 5 Minuten hat sie gerade mal überlebt wo ich sie einmal gespielt habe das war ja hammer ja wenigstens 20 Minuten aber die kommen dann später nochmal zum Einsatz ja dann habe ich einmal ihm nochmal vielleicht kaufe ich auch noch einen dritten Charakter mal sehen das ist auch nochmal dieselbe Frau nur ein bisschen anders Lohn tut sich ja genau ja hier könnt ihr mal eine ganze Waffensammlung sehen so jetzt kommen wir erstmal die Metall mehr Krüger Riffel als und Anacondas an der ganzen anderen Schrott ein paar Munition Packs was brauchst du eigentlich für den Scharfschützen Munition die 50er ach so ja stimmt ja so hatten wir ja schon mal dann seht ihr meine Hammersammlung meine Achssammlung ja das sind meine Waffen es werden immer mehr und meine Rucksäcke mit allen anderen drum und dran hier sind schon 80 Geräte drei Stück meine Munition und das ist hier die für das Scharfschützengewehr da habe ich vier Magazine gekauft also könnte man dann irgendwann mal ich würde aber sagen da müssen wir mehr wie zwei Mann sein um mit dem Scharfschützengewehr loszuziehen ja mindestens drei würde ich sagen vier wäre vielleicht noch besser ja hier sind meine Äxte Schwerter Baseballkeulen, Hämmer, Spitzhacken Flashline, Macheten so viel dann hier die Nachtsichtgeräte Helme und 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 ja man hat gut was angesammelt ich gehe ja immer meistens frühs wenn ich um 5 Uhr aufstehe oder so und dann um 6 oder 7 Uhr rum gehe ich dann meistens mal alleine auf screen und sammle ein bisschen ja lohnt sich dann aber ja auch ne ja und hier habe ich noch ach so ich habe schon vier Frontgriffe vier ja ich habe zwei stück vier stück und natürlich wäre schön wenn die das hier rein bringen würden wenn man jetzt hier Zeug auch hier rechts anklicken wenn man es verkaufen könnte verkaufen ja gut das wäre auch schon mal eine super Sache aber wer willst denn haben ne so an dem Shop wieder zurückverkaufen für die Hälfte oder so ja das könnte man auch noch machen also dass man ein bisschen Kohle hat dann wenn man sich die anderen Sachen holen könnte nicht jetzt an ja und ich habe die 10.000 xp grenze geknackt echt 10.060 und 2012 zum ist getötet die anderen die hatte ich ja gelöscht er hatte gerade mal vier zum ist getötet und sie hat und sie hat auch zu müssen sie war besser wie er obwohl sie nur fünf Minuten ausgehalten hat da war es nur schnellere Zombieherde vor dir ja so jetzt gucken wir mal welchen Surfer wir nehmen ja ich filter nochmal weil ich schwöre zu lange her so sagt er wenn er ihn gefunden hast ich lukke ich gucke und gucke und ich gucke und gucke und es ist alles voll 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 und ich sage es war 87 87 87 ja neun Leute so wahrscheinlich wenn wir mal reingehen sind ja wahrscheinlich wenn wir mal reingehen und gucken sind da auch schon über 15 oder so genau so viele wieder rein dürfen das wäre hart man sieht ob sich da einer bei uns droppt ich bin wieder da und es sind 14 spieler drauf habe ich doch gar nicht mal schlecht geworden nehmen wir mit den 15 lassen doch ganz schon richtig wo trotz du nicht denn so kann ich da doch jetzt müsste ich da ist er was geht was geht hier und hier nicht Blut überall du blutest ich blut in gar nicht alles voll voll unflächtig hier so wo wir jetzt hin ich gucke gar ja runter zu Kampus oder wie runter zu Kampus genau und jetzt gehen wir den Berg hier wieder runter Franka will aber nicht da sondern von da wo wir gekommen sind dann können wir nach Parka will in die große Kaufhalle gehen um zu sehen ob wir da wie ich mal heil wieder hinkommen weil es ist mal wichtig gewesen aber auch gleich wieder erschossen wurden also daher rache aber diesmal so wie es zweiter so nun da hat man zumindest ist es ein bisschen mehr Chancen als wenn man alleine ja mehr Chancen und mehr Sicherheit genau müssen die Vögel jetzt sind der Haus aus dem Haus Totenstühle spät haben wir es da auf dem Server 12 Uhr was haben wir halb eins weil auch schon wieder so bewirkt ist dass ich schon wieder so wieder so spät doch geradezu da war der Affe oh ja das ist ein Affe ist kein Vogel nee es gibt aber auch Vögel aber allerdings habe ich sowas nur im im Dschungel gehört also nicht dass ich schon mal im Dschungel war um Gottes Willen aber im Fernsehen jetzt sowieso nur eine Doku oder so das hört sich will ich mehr nach einem Affmann statt noch ein Vogel ja gibt aber auch ein Vogel der Sonne so ein Gelacher hat ja es gibt es gibt ja nicht weiß ich kacka du war das nicht ne ne ich glaube das waren diese schwarzen mit übelst lange gelben Schneebel ja diese orange Schneebel weiß aber nicht ob die wirklich wie die heißen hat keine Ahnung die kichern so komisch aber machen sie hier nur Vögel Geräusche rein es kommt so spuren stellen wir vor wenn die jetzt wirklich Tiere und so und damit ist ein bisschen so echt mäßig dann natürlich auch Schlangen und so und das ist ja hier glaube ich soll erfahren darstellen dieses dieses hier was so hat fahren und im ja es gibt ja diese Büsche die sowas haben und empfahrende kriegen ja immer viele so Schlangen auch rum und so ja das könnte man hier rein machen dass man da auch gebissen von werden ja dann lösst du so einfach und dann oh scheiße ich bin vergiftet scheiße schnell zurück zu zählen Spritze holen kommst du jedes Mal von der Saison wird jedes Mal gebissen und renst immer wieder zurück gut die sollten sie jetzt nicht übertreiben mit Schlangen und so du weißt das doch mit den Zonkis genauso viele Zonkis auch so viele Tiere wird es von jeder Art geben wie bei der alten Resilien evil time wo die Schlangen da vom Himmel regnen ja auch sehr sehr unrealistisch aber witzig ja auf jeden Fall so kommen wir wieder zu einer Stelle wo wir sehr lange nicht mehr waren und vielleicht endet auch unsere Reise dann da ja wer weiß dann werden wir dann sehen ob wir nicht oder doch ich weiß es nicht am liebsten ist mir immer bevor ich sterbe dass ich dann wenigstens schaffe meine Waffe leer zu schießen was das bringt bei mir nichts wenn ich ein Ersatzmagazin dabei habe ja gut das habe ich ja meistens nicht und ich muss schon wieder gleich was zu füllen warte mal ich drück mal eben da auf die 5 und hab ja genug Cola dabei ja dann oh was war das? hatte ich dich getroffen? aber ich habe einen Schuss gehört ich meine dass er hier auch eingetroffen ist ja ja das habe ich auch gehört uiuiuiui ok wo bist du? hier bei den Baum wo du bist auch hier ja wollen wir trotzdem weiter ich weiß nicht kommen wir zu dem Baum war das ein Snipe? ja oh ja im Baum reingeschossen hahaha bei mir im Baum rein habe ich richtig gehört wo ist der? das war ein Schrot war das ne das war grad äh ne das war eine Schrot mit mehreren Kugeln das habe ich gesehen die Frage ist äh kommen wir hier zu dem Baum der ein bisschen offener ist so so ist der ich glaube das kam glaube ich vom Berg oben ne? ja ich glaube es auch der kam von der safe ja ich sehe aber keinen ich auch nicht jetzt sind wir so ein bisschen ängstlich am Gange ja ich rück jetzt ein bisschen seitlich ab wo ist der Typ hin? kann er jetzt nicht so verschwunden sein na hier ist auch zu viel grünes als wenn man was erkennt wo ist er? wird es jetzt hier wirklich warten? ich weiß es nicht meine wenn er wirklich erst vom Berg runter muss aber der ist so blöd dann auch so eine Entfernung in der Schrot zu schießen aber bei mir ist genau eine Kugel in den Baum rein das habe ich genau ja aber es war ja auch mehrere Kugeln also ok gehen wir erstmal so in die Richtung mit den Bäumen im Rücken oh woher kam das? ist wieder neben mir eingeschlagen wofür kann das sein? warte mal hinterm Stein das kam doch jetzt eindeutig von da drüben irgendwo das gibt's doch nicht das Lotos und das sieht uns auch nicht das Cheetah hm das ist mal weiter unter der Brücke rennen warte ein Idiot aber bis jetzt hat er noch nicht getroffen muss ich sagen au jetzt hat er gesessen jetzt hat er gesessen bei dir? ja und von hinten? von hinten in den Rücken was auf das sind Zombies nicht nur alles ah 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 wow wie viele Zombies ich renne das mal auf die Brücke ich renne jetzt erstmal vor der Kunde hier weg ich bin schon fast tot ich hab nur noch die Füße ne ich auch ah hier kommt eh noch bist du das? ich bin den Berg da hoch der ist runter gesprungen pass auf hier ist in der runter gesprungen auf die Brücke hm und ich bin durch Zombies gestorben auf der Brücke ne echt hm der Kunde kam aber angesprungen also wenn du von meinem Zeug noch was haben willst ist hier oben auf der Brücke und zwei Zombies fressen mich gerade wo ist der Typ denn? der ist hier runter gesprungen von der Brücke kann sein dass er unten auch gestorben ist ich hab ihn ja ein paar mal getroffen und der ist einfach runter gehopst von der Brücke kann sein dass der unter mir liegt unter der Brücke ich krieg grad ein bisschen rum der hat so ein rotes Hemd an weißt schon dieses was wir hassen na gut Leute ich mach da mal hier ein Schnitt und sage tschüss bis zum nächsten Mal tschüss und ich wünsche